Yo YouTube, was geht? In diesem Video zeige ich euch meinen Spind, meine gesamten Skins, sowie die besten Settings, die ihr überhaupt haben könnt. Let's go! Genau, denn ich wurde wirklich nämlich oft gefragt, dass ich mal meinen Spind zeigen kann, sowie die Kamerasettings. Deswegen werdet ihr jetzt in diesem Video die besten Settings erklärt bekommen, sowie werdet ihr meinen Spind sehen. Nochmal zur Info, heute um 16 Uhr findet der Livestream statt, über die neuen Änderungen, über die neuen Moves, die neuen Waffen, die neuen Items und das neue Zu-Essen, sowie über das neue Feature. Ich bin schon um 15 Uhr live auf Twitch, also unbedingt einschalten, um 16 Uhr findet dann der ganze Stream statt und wir werden dann bis in die Nacht hinein in das neue Mid-Season-Update reingehen, also unbedingt einschalten, seid dabei, wir werden das Ding komplett rasieren. Ab morgen wird dann auch wieder fresher, warm-a-verse-Content kommen, zu allen neuen Änderungen, zu den Moves und 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 nachher könnt ihr gespannt sein, denn wir werden auch noch eine Reaction machen auf die neuen Sachen, die dann dazu kommen, live im Stream. Aber jetzt erstmal in die Einstellungen. Zu den Einstellungen gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen zu sagen und zwar als erstes würde ich euch empfehlen, die Eingabe-UI zu verbergen, das ändert einfach nur rechts an der Seite, seht ihr dann quasi wie man dasht, wie man blockt, wie man angreift und und und. Falls ihr also neu seid, könnt ihr das gerne anlassen als Tipp für euch, falls ihr aber schon erfahren seid und die Tasten kennt, dann würde ich euch empfehlen, die Eingabe-UI auszustellen, damit ihr dann quasi rechts nichts zu verstehen habt und es quasi ein cleaneres Bild ist. Dann würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, die Lautstärke einzustellen, wie ihr wollt, denn in diesem Spiel hat die Lautstärke nicht so viel zu bedeuten, man muss nicht auf Steps achten oder ähnliches, aber zum Beispiel, wenn jemand einen Elbow-Drop macht, hört man es, das heißt vielleicht dort eventuell die Effekt-Lautstärke ein bisschen hochstellen. Dann hier bei der Grafik, ich habe, äh, voll mit Fenstermodus, Helligkeit unbedingt auf 7, denn ihr seht auf 10 zum Beispiel ist es einfach, ja, meiner Meinung nach zu grell und wenn man die Helligkeit runterstellt, dann ist es halt, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu dunkel. Ich finde, die 7, ja, gibt die perfekte Helligkeit für das Spiel, dass man alles sieht und gleichzeitig erst nicht zu hell ist. Dann, meine Einstellungen sind alle auf episch, ähm, da würde ich euch natürlich aber empfehlen, eurem PC oder eure Hardware und Software zu urteilen, eure Einstellungen einzustellen, das bedeutet, wenn ihr einen schwächeren PC habt, ist es auch keine Schande, einfach alles auf niedrig zu stellen, um ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen. Dann kommen wir jetzt schon fast zum wichtigsten Tipp und zwar den Kameraeinstellungen und der Empfindlichkeit. Dort würde ich euch empfehlen, die X-Achse, also hier bei der Kameraeinstellung auf 20, kann man aber auch auf 30 machen, dann ist es so, dass sich die Kamera schneller dreht, ihr habt vielleicht besseres Movement damit, ich habe es, ähm, ja, eigentlich meist auf 21, aber so auf 25, eine gute Mischung geht auch, damit ihr wirklich alles sehen könnt, ein besseres Movement habt. Aber das Wichtigste von allen ist hier die Zieleinstellungen und zwar da habe ich die Empfindlichkeit auf 30, denn es ist tatsächlich so, wenn ihr dort eine höhere Einstellung habt, dann ist auch beispielsweise der Auto-Aim deutlich einfacher zu treffen, das bedeutet, die Zieleinstellung lässt euch einfacher Fähigkeiten treffen, was fast schon ein richtig genialer Lifehack ist. Ja, natürlich dort nicht irgendwie auf 100 das Ganze knallen, sondern auf 30 oder, ja, 40 ist wirklich eine sehr gute Einstellung, um die meisten Fähigkeiten und auch die super einfacher zu treffen, da dort quasi die Zielempfindlichkeit, ähm, ja, quasi besser eingestellt ist und ihr damit die Gegner einfacher treffen könnt. Das war es tatsächlich auch schon mit den Einstellungen, hier, Tastatur benutze ich nicht, das hier ist einfach nur mein, äh, Mikro, mein Kopfhörer, aber da in den Einstellungen gibt es quasi nicht so viel zu sagen, aber das sind so quasi die wichtigsten Tipps, die ihr braucht, um quasi dann besser im Spiel agieren zu können. Dann kommen wir nun zum zweiten Teil des Videos und zwar, ja, meiner, meinem Spind, hier kommen wir einmal zu den, ähm, zu den verschiedenen Sachen und zwar hier habe ich einmal auf jeden Fall dieses, ja, Gangster, ähm, Outfit, das sieht dann so aus, äh, das ist ganz cool, dort benutze ich aber nur einen Teil des Outfits, man kann ja in, in, ähm, Robbenwurst seine Outfits komplett zusammenstehen. Hier habe ich auf jeden Fall einmal das Gangster-Outfit, dann auf jeden Fall einmal auch noch dieses, ja, Mafia-Outfit ist auch am Start. Dann natürlich das, äh, komplette Luchador-Set. Weil wir in der höchsten Liga sind, haben wir das, das ist natürlich auch sehr, sehr cool, das bekommt ihr, ähm, wenn ihr quasi die höchste Liga erreicht, über die Ligen hinweg alle Teile. Dann haben wir natürlich auch noch das wunderbare, äh, Huhn-Outfit, was man auf Level 100 des Betty Passes bekommt, auch sehr zu empfehlen, sieht auch super, super cool aus. Dann haben wir noch, ja, sowas, dann habe ich hier noch, äh, dieses Punk-Shirt, da haben sie mich viel gefragt, woher ich das habe, das habe ich aus dem, ähm, ähm, äh, Punk-Pack bekommen, was ganz, ganz am Anfang da war, quasi ein OG-Skin. Ähm, hier noch, ich glaube, noch mit den Punk-Schuhen zusammen, die Punk-Weste und die Punk-Jeans, so sieht das ungefähr aus, äh, noch mit den Haaren, glaube ich, zusammen. Das sieht ganz cool aus, da benutze ich auch zum Beispiel die Brille sehr, sehr oft, oder, ähm, die Hose, also das sind wirklich auch sehr, sehr geile Teile, sogar einer der geilsten Teile überhaupt, meiner Meinung nach. Dann haben wir natürlich hier noch aus dem, äh, Battle Pass, äh, ja, dieses Gefahren-Guts-Paket quasi, wie wir hier sehen, ähm, das ist auch ganz cool. Da natürlich auch noch, äh, dieses hier, das, äh, kennen wir ja bereits, genau, das haben wir auch, das ist nämlich auch ganz cool. Dann natürlich habe ich noch den, äh, Q-Skin mir geholt, welcher auch sehr, sehr lustig aussieht, das, äh, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen oder im Livestream-Chat, dass es wirklich, ja, fast schon Fan-Favorite ist zum Teil. Ja, dann seht ihr, habe ich noch, ja, hier sowas, Top-Fahnschuhe, noch ein nices Tattoo, meiner Meinung nach, hier sehen wir das. Äh, noch so eine, ja, schmierige Schminke, die finde ich auch sehr cool aussieht, habe ich auch aus dem Shop. Dann noch einige, ja, so Luchador-Outfit, Level 1 aus dem Battle Pass, kann ich euch auch nur empfehlen, sieht sehr cool aus. Dann dieses, äh, typische, ja, mal nettes, glaube ich, Schwitzer-Outfit, was auch die, glaube ich, viele Leute aus der, ja, niedrigeren, äh, Liga kennen. Die sind komplett im Gelb, heh, auch sehr nice. Dann auch ein Skin, welchen ich sehr, sehr cool finde, und zwar den, äh, Surgeon-Striker-Skin, das ist nämlich, äh, der hier. Der ist, finde ich auch sehr, sehr cool, ähm, den kann man hier natürlich auch noch männlich, sieht, glaube ich, noch cooler aus. Hier sehen wir ihn, der, der ist halt super cool, finde ich, Surgeon-Striker, auch ein richtiger OG-Skin, macht man wirklich nichts falsch, mit sich echt verdammt, verdammt cool aus, muss ich sagen. Und das war's auch schon fast. Ich kann euch jetzt nochmal meine Top-3-Skins zeigen, die ich momentan am liebsten trage. Das ist einmal er hier, das ist unser, ja, Punk, der hier in der Stadt das Sagen hat, unter den Gangs, mit seinen, ja, Goldketten, seinen Tattoos, seinen kranken Haaren und seinem Outfit. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Skin findet. Dann noch den zweiten Skin, den kennt auch wirklich viel hier, äh, auch bekannt aus dem Video, in meiner Stadt wird nicht geteamt. Der, ja, quasi, Geldeintreiber-Skin, der Mafia-Boss von Graffiti City. Und dann noch mein persönlicher Lieblings-Skin, ja, die Schwitzer-Dame, wie sie auch hier im Live-Stream-Chat bekannt ist. Hier mit dieser, ja, Baggy-Jeans, den coolen Tattoos, der Sonnenbrille, der Schmink im Gesicht und diesen Haaren. Das sind auf jeden Fall meine drei Lieblings-Skins. Schreibt mal euren Lieblings-Skins oder eure Kombination in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Video gefallen habt. Like, Abo und Kommentar, sehr, sehr wichtig. Und dann will ich sagen, die Buamba, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein, ciao, ciao.